Und damit auch wieder willkommen zurück zu Mars Warlocks. Wir haben uns durch die Höhle hier durchgeschlagen mit den Moles. Oh, die kämpfen gerade miteinander. Kann ich die Situation da aussetzen? Wie Hunde da gegeneinander kämpfen. Letztes Mal hatten wir ziemliche Probleme gehabt mit den Moles, weil hier so fucking mehr die da rum sind. Das ist nicht so schön von mehreren Gegnern angeboten zu werden. Das ist gar nicht schön. Vor allem nicht wenn die Gegner noch blocken können. Oh Gott. Das ist noch ein bisschen zurückgehend. Denn das sind so ein Quartal gefickt da oben. Oh Gott. Kann ich dich nicht mehr helfen? Das stimmt aber. Komm. Endestens ist es da oben. Töte euch mal gegenseitig. Wohl. Wird mir den Kill klauen. Mein Kill. Komm drauf. Damit fährst du jetzt auch weg. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Steh auf wenn es sind. Der Kampf war da ziemlich einfach. Im Gegensatz zu den Kämpfen im letzten Part. Geht wenn wir was schlimm waren. Aber naja. Ich glaube wir haben es auch gleich durch hier. Wenn es schon durch die Mushroom Fields durch. Noch ein bisschen was. Loot. Belohnung für all die Kämpfe. Knochen. Und Hardware. Toll. Wenn es nur einer ist. Sehr viel braucht. So. Da steht ja alles so kacke noch. Die F-Fähigkeit. Womit ich die Blocks vom Gegner angreife. Dann sollte ich vielleicht auch mal F das benutzen. Aber auch noch mal. Ja. Wir stehen hier nochmal kurz auf. Sei ein Jesus. Sei ein Jesus. Eigentlich will doch nicht. Was können wir hier machen. Ah hier. Jetzt Wasser holen. Ja. Dreh das Rad nicht mal. Schleif sich nur so ran. Das Wasser geht trotzdem an. Aber hier gibt es doch bestimmt irgendwo noch bisschen was. Wie dieser Müllhofen hier. Wo wir Müll bekommen. Wenn das nicht lohnenswert ist. Was haben wir hier noch. Alloy. Das ist gut. Für bessere Sachen. Auf Waffen und Rüstung und Craften. Das bringt uns was. Wo komme ich hier jetzt wenigstens raus. Das ist das furchtbare Gebiet. Ach da. Wo komme ich denn hier raus. Toll. Aber die hätte ich nicht schon vorher da durchgehen können. Ah. Jetzt ist es auch egal. Die respawned. Und respawned. Hier ist ein GP aus. Auch haben wir gleich ein Level Up. Die wollen wir uns erst doch gleich mal holen. Versuchen wir den mal zu Stealth killen. Und den wir einfach warten. Und hoffen dass er uns nicht sieht. Da geht eh woanders hin. Komm. Schleichen. Komm. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Und. Oh. So. Oh man. Warte mal. Warte mal. Pizzi. Er kommt her. Er kommt her. Da kann man ja nicht alle gegenseitig sein, das geht schon so. Das du blendest. Das aufrecht. Da kommt ja jetzt an. Ja komm. Jetzt haben wir schon mal weg, wen es ist. Habt ihr blutet, ne? Kein Problem. Schieben wir die meisten meinen Kumpel auf. Machen wir die Kumpel fertig. Kein Problem, kein Problem. Und wir haben unser Level Up auch bekommen. Wir haben wieder Innocence auch schön verpügelt. Und ich glaube ich kann Innocence auch nicht groß ausrüsten, oder? Wir können mit ihm reden? Nein. Schau mal. Bringt immer ein bisschen was mit dem Companion zu reden. Da man einen besseren Einfluss dann auch auf ihn hegt. Da verteilen wir erstmal nur Punkte. Oder auch nicht. Ah, müssen wir zwei craften. Können wir gleich mal machen. Als erstes hier. Mal schauen, wir können hier reingehen. Kann man nicht irgendwo noch mal 25 mehr HP haben? Ne, hier. Oh, ne. Ah, guck. Ah. Hier. Beim nächsten Level können wir dann endlich Experten-Shut freimachen. Dann können wir Assassine werden. Und Gegner aus dem Hinterhalt sofort töten. Das ist schon mal besser als nur ein bisschen anzukratzen. Und den trotzdem erleben. Das wird uns erhebliche Kampfvorteile geben. Wenn wir dann endlich so weit sind. Bis dahin. Können wir erstmal nichts machen. Wir können jetzt mal gucken, ob wir mit Bock noch ein bisschen labern können. Ich hätte da so eine schlechte Laune gehabt. Hey. Hey. Der Bärknügel kam. Du willst nicht zu sprechen. Hör. Es ist alles wirklich nett. Ich kann es zu sagen. Aber kannst du mir erzählen, wie es in... Oh. Du bist auf dem Grunde. Wir dürfen nicht zufrieden. Und du willstum. Du bist so gut. Ich bin gut. Also wenn du dir so schnell bist, geh geh auf einen Weg. Näh! Ich würde die Kombination finden. Du willst nicht... Es hört, das ist alles... Ja... Ja... Das nur was ich wirklich möchte hören, ist viel zu schlau... Jesus, du bist ein verdammt idiot! Alles ist ein Böge für dich, oder? Ich muss es sagen, das ist wahrscheinlich das richtige Method. Und? Du sagst... Huh... Ich habe nichts zu sagen. Es ist einfach hier horrible. Immer die gleichen Dinge, die wir tun. Immer die gleichen Fähigkeiten, in der Mitte dieser verdammten Dessert. Ich bin Angst. Ich bin Angst. Erst bin ich nach vorne. Dann hier, um ein paar Leute zu sehen. Ich bin niemals ein Soldat. Okay, ich mache ein bisschen Geld, aber es ist nicht so, dass ich es hier kann. Was ist es gut für? Frau nach Hause, vielleicht? Ja. Alles war gut. Nur die zwei von uns, vor der Krieg. Wir haben sogar gedacht, dass wir ein Kind haben. Und dann... Ich bin nicht mit ihr. Ich bin nicht mit ihr. Du könntest einen Pass oder etwas. Vielleicht könntest du den Transfer. Obviamente, du bist nicht in Abundanz. Keine Sache als Pass. Wenn ich mich zu woher werde, dann werde ich nach vorne. Und ich habe gesehen, was da geht. Da muss ich einen Weg sein. Ja. Ja. Wenn ich mich als Invalid wurde, das ist der einzige Weg. Ähm... Ich weiß nicht, wie es funktioniert, woher du bist. Aber in Aurora, ein Mann macht das, und wird verletzt. Also... er ist ein Goner. Hier auch. Aber sie können mich nicht zu denken, richtig? Ich habe noch nichts falsch gemacht. Ich versuche mir immer zu überreden, mit uns mitzukommen. Hey, hör auf. Ich würde lieber nicht mehr zu sagen. Ich denke, um zu überreden, mit dem Flugzeug. Du bist verrückt? Und ich denke, du willst zurück nach Hause. Was würde ich da machen? Ich habe mir gedacht, und wenn wir hier raus sind, können wir uns auf einen Schatten und du kannst zurück nach Hause gehen. Nachher, wir sind zu deinem Platz, als deinem. Deine Idee ist absolut verrückt. Das ist verrückt. Du könntest zurück zu deinem. Und du wirst niemals wieder stehen in dieser Schatten. Das ist... Scheiße, du bist verrückt. Aber du bist richtig. Ich denke, ich gehe mit dir. Wir bekommen alles, was wir brauchen, für den Weg. Wenn der Tag kommt, wir setzen uns eine Diversion um zu halten, und weg. Ich habe etwas persönlich in der Kave. Ein Memento von meinen Eltern. Das... meint mich auf, dass ich es dort mit diesen verdammten Mölen verlassen habe. Du weißt, ich kann dir in trouble helfen, mit dem zu helfen. Das ist schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir noch die Waffen rausbekommen. Ja, müssen wir noch mal in die Höhle da runter. Geht ja fix. Level ab. Bleib mal bei einem Drittel hier. Hey, Jack. Ich habe eine schriftliche Ordnung, hierher zu kommen und nach... Show me! Scheiße, niemand sagt mir nichts. Gib mir diese Noten. Ich werde es brauchen. Geh die Noten. Geh die Noten. Na, dann gehen wir mal runter. Wir können ja mal gucken, ob wir hier etwas liegen gelassen haben. Ich glaube direkt beim Höhleneingang lag noch was. Aber dann unten bei der Kiste, wo unsere Waffen waren. Da erinnere ich mich noch. Da gab es eine Leiche. Die haben wir nicht geplündert. So... Erstmal zielsen. Ich werde versuchen, die zu zielsen. Gucken wir, wo können sie schon geht. Jetzt finden sie die Brille. Sie sagen, eine Mool-Kreine hat den Techno-Monstern geschaffen. Und er war so verrückt. Komm, erstmal dick ausschalten, da ist keine Brille auf. Klocken und ein bisschen an das Angriffsmuster. An der anderen Seite ist es auch ziemlich simpel. Ähm, ja. Na, Problema. Aua. Ich muss den Schubs mit dem Fall. Und das wäre es ja noch mit dem. Ja, Extraktion. Jupp, jetzt können wir hier Serum aus den Körpern der Toten holen. Wenn wir das machen wollen, können wir das machen, kriegen extra Serum. Aber gleichzeitig werden wir auch dadurch böse. Und ich will jetzt eigentlich auf dem guten Weg durchspielen. Von daher töten wir mal sie nicht gleich. Mal gucken wir uns erstmal da her um. Mal schauen, ob wir die ganze Höhle wieder klären. Oder ob wir nur unser richtigstes holen. Ah. Oh komm, die können wir ausschalten. Wir können jetzt auch schneller schleichen. Ähm. Ah, der hat ein Nagelgewehr. Fuck. Cool. Hey, der sieht aus im Check. Nein, ich wollte das zählen heute nicht. Komm. Aua. Aua. Ich greife ihn so langsam an eigentlich nur. Ich darf nur hier auch weiter zu töten. Da kommt Innocence. Töten wir mal, wie der wie Jack aussieht. Wie der sieht genau so aus, what the fuck. Wie der. Hufe. Du bist doch. Und, das ist das ist eine Ahnung.